Jennifer Lopez hat erneut die Scheidung eingereicht, diesmal von ihrem vierten Ehemann Ben Affleck. Diese Nachricht schockierte sowohl ihre Fans als auch ihre Freunde. Ein Insider berichtet, dass Jade Loos Freunde langsam genug von ihrem chaotischen Liebesleben haben. Sie glauben, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren sollte, anstatt auf das, was andere von ihr erwarten. Jennifer reichte die Scheidung am 20. August ein, genau an ihrem zweiten Hochzeitstag. Die Trennung liegt aber schon einige Monate zurück. Das Datum gab sie als den 26. April an. Interessanterweise hatten Jennifer und Ben vor ihrer Trauung keinen Ehevertrag abgeschlossen. Die während der Ehe erzielten Einkünfte gelten also als Gemeinschaftseigentum. Am Tag der Trennung wurde Jade Lo in New York City von Paparazzi abgelichtet. Die Fotos zeigen sie in einem weiten Pullover und lockeren Jeans mit einer ernsten Mine. Die Trennung folgte nach rund zwei Jahren Ehe mit Ben Affleck. Zuvor hatten die beiden bereits Anfang der 2000er Jahre eine Beziehung.